Ich heiße Ilse Heberger und habe mir einfach über diesen Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert, Gedanken gemacht. Ich tat mir etwas schwer, darüber was zu schreiben und habe es dann einfach an einer bestimmten Künstler einfach festgemacht. Weil meistens ist es ja so, hinter einem Ruf steht ja ein Mensch, steht die Person, die oft nicht mit dem Ruf komponent ist, sondern sie hätte jetzt die Chance, einfach sich zu verhalten nach Belieben. Aber ich finde, jeder Mensch hat schon eine angeborene Würde und einen Ruf zu verlieren. Und deshalb habe ich das von der Seite her gesehen. Also Ruf und Ruhm, Henri de Toulouse-Lautrec, Maler von Rang und blauem Blut, doch leider verwachsen von Geburt an. Noch bist du jung, aber klein und unscheinbar, findest Unterschlupf bei Frauen in bestimmten Etablissements. Deine Heimat ist das Moulin Rouge, dort zieht es dich hin. In diesem Getriebe findest du Liebe. Oft trifft dich unverdiente Verachtung. In den Augen der Gesellschaft bist du zweifelhaft. Wie arm sind die Zweifler im Vergleich zu dir. Du bist ein Begnadeter unter den Malern, hast viel durchlitten. Was willst du tun? Würde ist dir angeboren. Hast du einen Ruf zu verlieren? Dein Herz vergräbt sich unter deinen Bildern. Keiner soll sehen, wenn du weinst. Und войst du immer wieder sagen, wer das ist ein Begnadeter. Ich hoffe, Ihnen hat uns ein Begnadeter.